Ja Leute, ich bin's wieder, euer DSD Steve und euer DSD Retro bei Eternal Legends. Wir schauen uns noch ein paar Gebieten um. So viel gibt's ja nicht mehr. Oh, ist ja nicht unten. Mellochengegend. Hey, von dem Melloch haben wir doch schon mal in irgendeinem Rätsel gehört, ne? Ja. Und hier war ich schon mal ganz kurz drinnen, um festzustellen, cool. Ja, wir haben uns dann einfach mal auf der World Map umgeschaut. Ich will Steve damit sagen. Ja, wir wissen nicht, ob hier, ja, warum es hier einfach nur Moskitos sind und keine Gegner. Aber ich finde das hier angenehm. Ja, das heißt, hier ist es jetzt ein einfaches, ähm... Wir laufen einfach durch. Genau. Durchgehen und looten. Die Gegner haben einfach erkannt, hier, pass mal auf, der ist schon über der Welt 30. Und wir sollten ja auch kämpfen, das ist ein kleiner Quatsch, das sind irgendwelche komischen Moskitos, oder... Das sind ja nicht nur Moskitos, das sind einfach nur irgendwelche großen Fliegen, so ungefähr. Ja, ja. Ach, diese... diese Idylle, ne? Gefällt mir, ja. Könnte noch ein bisschen hübscher sein, aber... Und Speichelpunkt. Ne, wir wollen auf jeden Fall speichern. Wir wollen auf jeden Fall speichern. Auf der Nummer 1! Wir kriegen wir, Mann. Wahrscheinlich haben wir es gar nicht nötig, aber warum nicht? Ein... Unerwann... Was ein umherweilender Geist. Das ist ein Miloch. Achtung! Was sind Teufels? Ein Vampire Storm-Gegner. Ah, schon mal schon. Ähm... Ja, oh, die kostet 250. Und Barmood 160. Ne, 160, genau. Wir nehmen zwar mal Titan. 160 ist echt ganz schön teuer. Mhm. Ähm... Wir zeigen Ihnen aber natürlich noch, keine Sorge. Dann machen wir eine Sonnenkünste. Blitzlimit. Oh, die Gegner können sogar ein bisschen Schaden machen. Ja. Cool, oder? Ja. Hoffen wir, das macht Dreckgleich komfuß. Ja. Und vergiftet und demt ist er. Super. So muss das sein mit dem Boss. Machen wir mal... Alle heilen Limit. Das Limit ist so geil. Vielleicht kommt ja noch ein Ultima Limit. Sonderwetter. Weiß nicht, ich sieh's irgendwie am Nutzlos ist mittlerweile. Ich denke irgendwie auch. Rehnen haben jetzt mal irgendwie noch eine gute Waffe kriegen, ne? Ja. Und das doofe ist, diese Dark Shadows oder was auch immer ist, das geht halt nicht auf die meisten Endgegner, weil das sind ja alles böse Wesen. Aber ich hoffe, sie lernt mal irgendwie noch was anderes dann. Und wenn noch, ist man nicht mehr konfus. Aber dann wird er immer wieder zeigt, wie ich bin Fuß. Gibt's auch. Ne, scheiß. Was ist denn hier los? Ich denke mal, das wirst du schon schaffen gegen den Typen. Der macht auch so mehr Wetter. Ach, das war's schon, ne? 9999 Erfahrungspunkt. Wir befinden 9999 GIL. Sollte der jetzt besonders hart sein? Also der 9999 Trefferpunkt. Ich finde noch nicht das Gefühl. Eternal Angel. Eternal Angel. Das ist bestimmt... Das ist wahrscheinlich jetzt Megaleben. Genau. Drei Intelligenz Plus erhalten. Diese Bestie ruhte hier seit Jahren und vernichtete alles, was sich in den Weg stellte. Besser vor uns. Kommt, wir haben noch eine Menge vor uns. Ähm. Hm. Ja. Hat sich doch gelohnt. Wir... ...haben den Menloch getötet. Ja. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt nicht so? Suchen wir nächstes Gebiet. Wir haben uns schon ein bisschen... Er hat ja auch begrenzt, der Weltmap. Ich weiß ja gerade nicht, was ich jetzt... Es ist noch ein bisschen kompliziert, sobald man passt. Ja, es sind ja nur noch zwei Tempel, oder? Hm. Zwei Tempel und ich glaube, das war's dann auch schon wieder fast, ne? Ja, es gibt diesen Eis-Kontinent halt, wo auf jeden Fall einer der Kontinent... Der ist, glaube ich, fast nur, sorry, ja. ...auf jeden Fall eins sein wird. So, wollen wir das eigentlich als letztes erkunden. Und... Muss ich noch mal... Was? Oh Gott. Nein. Wie geil ist denn das? Das war jetzt echt cool. Wir gehen da rein, oder? Jetzt wird die uns da hinten raus. Warum auch nicht. So. Das ist noch eine große... Hier gibt's dann noch was. Was ist denn das? Befluchtes Baku. Hier gehen wir rein. Sind das Gegner? Nein. Das ist ja auch wieder ein Loch gibt. Auf jeden Fall ein Schild. Baku. Baku. Okay. Ruhe. Sieger Antidote. Ja, wir haben eine neue Stadt gefunden. Wo wir leider... Oh, hier gibt's Schwarz. Was ist Schwarz so in einem RPG-Maker-Spiel? Wow. Rede mal mit ihr. Sie gehört dir. Big Mama, nicht du denn ein anderes Volk in unserer Region? Du verschwinde hier, sonst du kriegst einen Ärger. Unser Volk heilt uns zusammen. Du wirst uns nicht betrügen können. Wo zum Teufel sind wir hier gelandet? Wir müssen schon immer einen Quest geben und wir müssen den Fluch lösen oder so. Okay. Natürlich sind sie im Arm. Was? Das ist jetzt ein Gegner? Der hat uns wirklich vergessen. Verstehe ich, sagen wir, auch nicht so wirklich. Der hat uns wirklich vergessen. Der hat uns wirklich vergessen zu haben ansonsten immer. Vielleicht war das auch gar nicht bei allen ausgestellt. Auf dem anderen Gebiet. Vielleicht muss man die aus einem speziellen Winkel oder so treffen. Wir wissen ja nicht so wirklich, wo die Hitbox von denen ist. Sterben wir auf jeden Fall schnell. War das das Ultimo? Ja. Ja. Wir geben 1000 Gild und 800 Erfahrung. Wow. Nett. Das ist... Äter erhalten. Und wie sind die schwarzen Armen? Klar. Und haben eine Kirche? Natürlich. Banu, Atu, nicht lassen euch da rein. Wir verteidigen gegen andere. Wir nicht akzeptieren Leute in Weiß, kommen hier hin und beuten uns aus. Äh. Ja. Wir müssen speichern. Neues Gesicht, dich hier nie gesehen. Du wollen uns ausbeuten, wie andere Leute, denen hier waren? Unser Volk halten zusammen. Du uns nicht betrügen können. Äh. Ach. Das ist jetzt ein Indianer? Ich sein müde, du, lass ihn mir in Ruhe. Das war jetzt aber ganz antwürdig keine schwarze, sondern eine inneren. Die ist ja wahrscheinlich auch nur zu Besuch. Äh. Ist das eine Bank? Eine Bank. Gehen wir mal rein. Das ist Big Mama. Sie gehört dir. Wir seid nicht hier willkommen. Big Mama nicht gestatten Leute mit bleichem Gesicht. Ihr habt uns lange schon betrügt. Wir nicht wollen euch. Gehen oder wir holen unseren Volk zusammen und bringen euch um. Also, Big Mama sagt ihr gehen, so ihr gehen. Ich verstehe kein Wort. Ich glaube, die mögen keine weißen ihren. Oh, wirklich, Steve. Naja, ich... Ich... Ich habe gedacht, na. Ich frage mich nur, ob du hier irgendwas machen kannst. Big Mama hat ja schon mal keinen Quest gegeben. Du wolltest irgendwann mit Big Bomb? Du können kriegen. Du mich nur weiter so gucken an. Traum welche Leute hier. Gehen raus aus meinem Haus. Ich dich hier nicht wollen. Wo sind sie sollen gehen? Ja gut. Wir will uns keiner... Ich denke mal, wir können hier auch wieder abhauen, oder? Da ist noch ein Haus. Da ist noch ein Haus. Wenn da nichts drin ist, dann weiß ich auch nicht. Natürlich. Da kommst du an den Blumen nicht vorbei, Steve. Und kämpfen wir schon. Straßensachen. Normale Straßensachen. Einfach Europa. Werden wir den mächtigsten Zauber? Das ist so geil. Werden wir den mächtigsten Zauber? Jeder Ultima verkauft. Das ist so cool, ey. Du wolle ein Ultima? Du bekommst ein Ultima. Ich schau mal, ob es in rechts weitergeht. Nein. Das Dorf hier ist scheinbar einfach nur... ... ein Gag? Oder sowas? Vielleicht müssen wir... ... noch was bekommen, oder so? Vielleicht geht's hier ja später irgendwann weiter, ja. Muss er irgendwie entweder heiß... Du kannst entscheiden, alle Schwarzen umbringen oder ihnen helfen. So auf jeden Fall nicht. Na, aber egal. Fluch des Baku. Na gut. Dann haben wir das Gebiet auch erst mal... ... erkundet. Und jetzt... Vielleicht haben wir die wirklich schon mal im falschen Winkel. Ich hab... Ich hab keine Ahnung. Also ich... ... könnte es mir vorstellen, aber... ... ist erst mal egal, ne. Also wenn wir später noch die Erfahrungspunkte brauchen, dann... Aber gut, wir sind schon fast Level 40, ne. Und glaubt mir, das Spiel geht noch ein bisschen. Ja. Okay, ich sollte auf jeden Fall doch Ultima nutzen. Dann sind nämlich gleich beide tot. Und die geben echt gute Erfahrung und gut Gold, ne. Also... Wir haben auch das Gebiet hier erledigt. Also, naja, nicht erledigt dabei, ne. Können wir es wohl nichts mehr machen. Da war Barmut drin, ne? Da war Barmut drin, ne? Ja, dann hier unten. Die Möhlen haben wir doch alle gemacht hier, genau. Genau. Genau, die beiden Höhlen. Es gab doch... Ja, wir sind doch vorhin noch an einem Gebiet vorbeigeflogen, wo du gesagt hast, nicht noch... Das, da ist doch schon auch noch was. Es gab... Oder war das Gebiet, wo wir vorbeigeflogen sind? War wahrscheinlich Baku, oder? Mhm. Wassertempel. Ja, da gibt's dann jetzt bestimmt den nächsten. Mhm. Vielleicht gibt's nur noch die beiden Steine, ne? Was ist hier? Wir brauchen alle Eventkugeln, damit wir hier was bewirken können. Okay, kommen wir dann erst später hin. Mhm. Das ist, äh... Jetzt die starten, genau. Das ist, äh... Trimony, genau. Eichenwald. Betreten wir doch einfach mal. Gucken wir mal, wir holz sammeln. Okay, wir wollen was sammeln. Möglicherweise wieder für einen späteren Quest. Das wäre nicht das erste Mal, oder? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Ist es das, was ich gerade glaube? Weiß ich nicht. Weil mal die Musik passen würde? Ist es hier das, wo wir das... Nee, 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 ist es nicht. Wo wir das Floß gebaut haben. Ja, dachte ich ganz kurz, weil es die Musik ist, weißt du? Und wir auf einmal Holz sammeln. Ich dachte mir schon, dass du dir das dachtest, aber... Dann haben wir auch nochmal Holz. So ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. So, jetzt haben wir alle Holzscheite. Äh, und jetzt? Was denn, dafür sollen wir hier machen? Ich glaube, wir haben auch schon mal jetzt eine Sidequest erledigt. Vielleicht müssen wir nochmal ein Holz holen. Ich denke, es ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir wirklich die beiden Tempel noch machen und die beiden Kugeln holen. So, ich werde, ich möchte... Da oben ist noch Holz. Ja. Was möchtest du, Steve? Na, wir werden, denke ich mal, dennoch Tribu die erstmal noch erkunden. Und hier ist auch noch Holz. Denn da gibt es auch noch Sidequests. Ich denke mal, es wird gerade was für eine Sidequest schon tun. Von daher passt das. Wo gehst du jetzt hin? Na, hier ist noch... Da waren wir schon, okay. Ja, ist... Da unten, hallo, wo gehst du denn hin? Da unten, halt, glaube ich, ist... Du hast wieder den Berg, oder was? Ja. Oh man, ey. Ey, es ist heute echt eine Qual, Mann. Dann... Ähm, ja, gut. Dann sehen wir uns nach dem Cut wieder. Da sind wir auf einmal in Tribuli. Ja, sorry für den Cut, aber... Äh, wir hatten eigentlich da oben dieses Gebiet dann auch versucht zu erkunden, aber da können wir irgendwie nix machen. Und dann hätte ich den in eine Richtung gebacken und deswegen haben wir jetzt gecuttet und... Ja. Ich hab keine Ahnung, wie du den Cut da genau machst, aber... Genau. Damit ihr es nun ungefähr wisst, ähm, wie ist heute eine verfluchte Aufnahme-Session? Ja, heute ist echt für den Arsch. Und wir wollen jetzt die Stadt hier erkunden. Wie hat das ja schon mal so ein bisschen angefangen? Haben sich ein paar Bücher eingesammelt und so. Mit den Leuten hätten wir auch schon gesprochen und jetzt erkunden wir halt die Stadt komplett in diesem und dem nächsten Part. Ein Leben ohne Geld ist die Sex ohne Freundin. Eine Nacht ohne Himmel ist wie ein Reiter ohne Schimmel. Ein Krieger ohne Schwert ist wie ein Koch ohne Herd. Da hat er wohl Sprüche gegoogelt, oder wie? Schon mal schon. Hast du mal nen Geld? Keinen, den ich verschenken könnte. Schade. Dann sagt die auch grad. Ich dachte schon, das wäre ein Nebenquist. Oh, Papp. Papp. Noch ein Bier, bitte. Trink rein. Ja. Bestes Papp ever. Ja, auf jeden Fall. Diese Stadt ist nach meinem Geschmack etwas zu groß. Hallo, Tölf. Das Leben hier ist verdammt schlecht. Für mich jedenfalls. Ja, du brauchst dir das mehr, ne? Ja. Wir haben mal nen Dieb. Ich brauch dringend mehr Geld. Ich hab nicht mehr mehr einen Geld. Dann stiehl dir welches. Verschlossen. Genau, hier oben ist ja die Wache auf Speed. Mhm. Ich liebe es. Als Priester ist es meine Aufgabe, unseren Glauben zu vertreten. Leider gibt es so wenige Kirchen auf der Welt. Tja. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das war eigentlich so ein Relikt... Du kennst ja bestimmt diese Game Theory Show, ne? Ja. Kannst du eigentlich auch über Eternal Legends machen, ne? Warum gibt es hier so wenig Religion, ne? Was ist hier... Ja. Das Schloss von Tripoli ist nördlich vom Stadteingang. Schön. Danke für den Hinweis, Brian Klon Nummer 265.000. Die Sicherheit der Stadt ist sehr wichtig. Weißt du schon, was von der Weide an den Valuzia gehört? Waren wir da nicht schon mal? Sie sollen ziemlich gefährlich sein. Ich denk schon, dass wir da schon mal waren. Oh, das ist in... Stör mich nicht. Er hat eine sehr interessante Route. Also... Er muss dieses Feld hier quasi bewachen. Wo ich hier gerade stehe. Jetzt hast du ihn gerade voll aus deiner Route rausgebracht. Wo ist denn hier? Habt ihr dieses große rote Dingsbums von der Stadt schon gesehen? Nein. Unser Raumschiff wahrscheinlich? Was war ein Brot für den alten Straßenseil wie mich? Das sind hier irgendwie Penner, ne? Das sind Obdachlose. Genau, Obdachlose, genau. Aber eigentlich ist das schon der Dieb. Nee, obwohl... Eigentlich ist es, ja genau, das ist der Dieb. Hab ich jetzt auch gedacht. Wohl nee, der Dieb ist ja mit der Maske, glaube ich. Ich glaube, das ist tatsächlich der Bettler. Nein, der Typ mit der Maske ist so eine Art Illusionist. Also das sind schon beides Schurken, aber das hier ist der Dieb. Hallo, ich hoffe, ich kann euch helfen. Unsere Gilde in St. Merv verkauft zur Tradition diese Mega-Safe-Steine. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal, ne? Hm. Ich glaube, zwei. Ich würde fast schon mehr kaufen, man weiß nie. Schuften, 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 schuften. Das hatten wir schon mal. Die haben wir auf jeden Fall schon mal gesprochen. Hm. Hallo. Hallo. Wo Sie gerade da sind? Ich habe eine Quest für Sie. Sie scheinen ein kräftiger Mann zu sein. Äh, naja, vielleicht. Vielleicht. Was ist mit deinem Selbstvertrauen los? Ich habe keine Ahnung. Könnten Sie mir zehn Hölzer besorgen? Das, äh, beantwortet auch die Frage. Wir wollen nämlich renovieren. Mein Mann ist andauernd auf Axt und ich muss mich um das Haus kümmern. Hm. Okay, ich werde, äh, okay, werde ich tun. Oh, wie freundlich von Ihnen. Sie sagen uns nicht mal, wo wir die finden, aber wir wissen ja zum Glück, wo. Die beiden kümmern auch gar nicht, oder? Ja, richtig. Kommen die weit her? Ihr Diebesgesinne soll doch nicht besser wegscheren. Diese Stadt mag ich nicht. Frag mich nicht, warum. Uhu. Ich bin alt und finde keine Arbeit mehr. So ist das Leben. Leider. Ja, hast du auch schon mal vorgesprochen. Äh, ja. Vorgelesen. Wer kein Geld hat klaut, so sagen es viele. Doch ich klaue nicht. Betteln ist auch eine Möglichkeit, auch wenn es sehr unangenehm ist. Das stimmt. Ich schicke jetzt zwischen viele Bettler. Jetzt zum Schluss. Hä? Hast du gerade auf dem Dach, oder sieht das so aus? Äh, ja. Äh, ja. Äh. Du wüsstest wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich, was Dach ist und was nicht. Ja. Perspektive. In der Stadt herrscht oftmals Chaos. Wie gut, dass Triboli nicht so groß ist wie für Lucia. Da hält man es hier noch ein wenig mehr aus. Was die Kinder so gehen sollen? Ja, ich bezweifte fast schon, dass du hier draußen überhaupt niemanden findest. Geh mal lieber ins Haus rein und versuch da mal noch ein Quest zu finden. Hey, wollen wir fangen spielen? Ich meine, du musst ja noch jemanden finden, dem du die Bücher bringen musst, ne? Mhm. Der sieht doch gut aus. Bücher. Danke. Achso. Danke, dass du sie für mich gefunden hast. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber nimm dies. Für nix wieder. Okay, dann müssen wir nur noch den Quest mit den Hölzern machen, oder warst du schon, ne? War das schon jetzt eine offizielle Nebenaufgabe? Klar. Ja. Cool. Dann müssen wir noch die Hölzer holen, die wir sowieso schon mehr oder weniger gefunden haben. Dann schaffen wir das an dem Part ja noch voll dem was, ne? Wow, cool. So cool, dann sind wir mit... Ich hab dir doch gesagt, das Spiel ist relativ kurz in dem Sinne, ne? Also wir kommen hier super durch, deswegen, du musst hier auf jeden Fall nicht so durchsuchten. Wisst ihr, Leute, ihr kriegt das ja natürlich nicht so mit, weil Steve veröffentlicht ja nur irgendwie so an ein paar Tage mal irgendwie ein Part oder mal zwei oder drei aneinander und dann mal wieder an ein paar Tage im Part. Aber, äh, in Wirklichkeit sucht er das ja gerade richtig. Steve will eigentlich die ganze Zeit mit mir spielen. Alle sagen, ich wäre ein horizontal geforderte Mann. Dabei schmeckt mir nur das Essen so gut. Ist doch ungerecht, oder? Äh, äh, sie sind gar nicht dick. Ich lasse Lügner. Ah. Ja, ich denke mal, in der Stadt hier müssen wir eh nichts mehr machen, ne? Wir haben ja jetzt den Nebenquiz. Oder willst du noch irgendwas kaufen? Wir wollen natürlich noch kurz. Aqua 2. Haben wir das nicht schon, oder? Aqua 2 haben wir aber Flamme. Kaufen wir mal, oder? Äh, ich glaube, hier jetzt einfach mal setzen. Das heißt, wenn wir nachher nicht, es sind nur 700 Goldstücke, töten wir einfach einen Kaktor, dann haben wir das wieder rein. Aber ich denke, das ist auch noch nicht. Jo. Ist doch neu. Ich finde nicht, dass es irgendwie besser ist als Ultima, aber... Ja. Und auch im Priethof. Man sollte den Toten die Ehre erweisen und das Grab besuchen gehen. Das stimmt. Ein Mann, starb letztes Jahr. Seitdem lebe ich ein Leben voller Trauer und Sorge. Dann haben wir schon mal. Wir waren ja schon mal in der Stadt. Ich schwänze die Kirche, lieber. Ist mir ehrlich gesagt zu langweilig. Ja, das lief so mal früher auch drauf, ne? Ja. Und so bildet an den Heiligen, der das Land einst, äh... Es wird alles gut und besser. Das Leben ist so wunderbar. Und Odin beschert uns. Und, 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 und. Odin kostet 150 Manner, Mann. Odin ist scheiße. Odin, du bist unser Held. Odin, du bist unser Kriegsgott. Odin, schenke uns einen Sieg über Faluzia. Ja? Ich merke Faluzia nicht so sehr. Ich hoffe, bald werden sie angegriffen. Von Odin. Dein Facet ist hier schon wieder so komisch, ne? Wieso sehe ich so komisch aus? Damit Greno endlich zur Strecke gebracht wird. Er war mein Freund, doch nun ist er es nicht mehr. Wenn es Krieg gibt, wird er mit eingebunden und stirbt hoffentlich. Krank. Wow, die will, ja, weil ihr Ex-Freund aus der anderen Stadt kommt, dass es Krieg gibt. Damit er stirbt. Nein, man ist doch krank. Das ist meine Meinung, aber sag es keinem weiter. Vor allem nicht Greno. Digas. Und, Junge, du störst. Geh, los. Ich bitte, ey, Junge, ich will in Ruhe beten. Bist du König im Ausdauer-Nerven? Hehe, ich versuche mein Bestmögliches. Kannst du nochmal mit dem? Oder mit dir? Okay, nochmal von vorne. Ja, okay, gut. Tschüss. Schade. Schade. Unig, wir schützen uns vor dem heiligen Satansbraten. Segne uns mit Essen und... Was ist das denn für ein Gebet? Ah, ich muss meine dicke Tochter noch irgendwie ernähren können. Man sagt, sie habe Satansbraten verschlungen und ist dadurch so dick geworden. Davon habe ich noch nie was gehört. Und dann wird es so werden, wie Odin es verkünden wird. Junge Mann, kannst du bitte dich entfernen? Ja. Jetzt lass mal, wenn ich die Hölzer suchen. Genau. Ich würde gerade sagen, du kommst hier nicht raus, oder? Nee, es ist nur so komisch gemappt. Das sieht irgendwie schon so aus, als wäre es nicht begehbar, ne? Ist schon schieß. Ja, ja. Bei mir gibt es ja keinen Speicherpunkt, ist mir aufgefallen. In der Stadt? Ja, ist echt komisch, ne? Ja. So zehn brauchen wir, ne? Hm, eins. Jetzt ziehen wir mit zwei. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat mir die Stadt bisher am wenigsten gefallen. Triboli? Ja, die wirkte... Die war auch ziemlich sinnlos. Die wirkte gerade ziemlich hingeklatscht. Da oben war doch noch ein Holz, warum hast du das einfach liegen lassen? Die wirkte gerade ziemlich hingeklatscht. Nein. Das war in den Städten immer viel, viel los gewesen und so, so dein Pia zählt und so. Hier war gerade irgendwie fast gar nichts. Das stimmt allerdings, Triboli hatte irgendwie keine Hintergrundgeschichte. Also, das fand ich ein bisschen schade, weil eigentlich hat mir das Städterkunde immer viel... Nee, vielleicht, vielleicht ging es mir wirklich genau so. Verdammt, ich muss noch Triboli machen. Ja. Weil es hat mir das Städterkunde immer viel Spaß gemacht, weil hier wirklich was war. Ja, zu Vampires Dornstätten, die generisch sind, war, mir hat hier mal was los, ne? Aber die war jetzt so 0815 irgendwie. Gab es auch einen Haufen Perspektiven, also wirklich massive Perspektivenfehler. Ich meine, das war noch nie seine Stärke, ne? Aber da war es irgendwie gerade besonders krass, oder? Jetzt habe ich mir auch gehört zu 10, haben wir jetzt 5 oder 6? Ich dachte, die haben 7 oder so. Naja. Irgendwann werden wir schon alle haben. Wenn nicht, können wir im Inventar nachgucken. Genau. Wir sind auf jeden Fall nochmal 2. 3. Wer haben wir denn jetzt? So, jetzt schauen wir mal im Inventar. Ähm. Naja. Verdammt, wahrscheinlich haben wir es nicht als... Möglicherweise ist es ein Event, ne? Hm. Ich hoffe, was wir mit der Holzkum machen können. Ich habe jetzt eigentlich mit den Leuten immer gesprochen. Waren wir hier oben? Vielleicht später im Spiel noch. Ich sage es einfach mal so, ne? Der Open World Modus bleibt ja bestehen. Aber wir kommen ja auch wieder zurück zur Not. Ja, ja, na klar. Okay. Wäre er dämlich, wenn nicht. Also daran hat er schon gedacht. Ich hoffe, wir haben jetzt hier alles. Okay, wir können einfach mal zurückgehen. Du weißt hoffentlich noch, in welchem Haus er ist. Ja. Welche Speicherpunkte nervt mich gerade ein bisschen. Dann werden wir wahrscheinlich das Speichern nutzen müssen. Welche Stadträtsel. Stimmt. Hölzer. Ja. Hier sind die Hölzer. Super, vielen Dank. Schönes Holz, so fest und schön. Prima. Dachte ich mir auch. Darum habe ich es ja auch mitgenommen. Hier, als Belohnung. 10 GF-Punkte erhalten. Schön. So, und wo ist das Stadträtsel? Das ist echt tough, ne? Weil dann haben wir den letzten Pass und dann... Was passiert dann, ne? Mhm. Aber wenn das Rätsel... Und vor allem, wo speichern wir? Müssen wir sowieso erstmal irgendwo hingehen und speichern? Oder suchst du jetzt sozusagen an dem Speichelpunkt? Ich suche das Stadträtsel und werde... Aber waren die bisher immer in der Nähe von einem Speichelpunkt, oder? Nein, leider nicht. Da ist ein Speichelpunkt. Oh, da ist ein Speichelpunkt. Das haben wir ja sogar noch nicht unter den Leuten gesprochen. Stimmt. Vielleicht ist ja hier irgendwo in der Nähe der Stein. Ah ja, hier direkt in der Mitte, alles klar. Da kann man speichern. Das ist schon mal gut zu wissen. Hm. Dann würde ich sagen, aber zum nächsten Part, wo wir das Stadträtsel machen, suchen wir das einfach mal aus. Green, fertig. Und dann kommt das Stadträtsel und wahrscheinlich die nächste Kugel. Dann im nächsten Part. Ich war DC Steve. Und? Ah ja, let's play retro. Wenn wir uns über netten Kommentaren und Daumen nachher freuen, tschüss.